In diesem Video geht es heute um die Bruchtherme und zwar werden wir uns ansehen, was ein Bruchtherm ist und wie man die Definitionsmenge bestimmt. Du siehst hier zwei verschiedene Brüche, einmal 4x geteilt durch 5 und einmal 5 geteilt durch 4x. Einer dieser beiden Brüche ist ein Bruchtherm, nur welcher? Um das Rätsel aufzulösen, siehst du hier, dass der rechte Bruch ein Bruchtherm ist. Wie man einen Bruchtherm erkennt, möchte ich dir nun anhand der Definition erklären. Ein Bruchtherm ist nämlich ein Term, der im Nenner mindestens eine Variable enthält. In diesem Fall haben wir im Nenner ein x. Als wir begonnen haben, uns mit Brüchen zu beschäftigen, haben wir festgelegt, dass der Nenner eines Bruches nie 0 sein darf, da in der Mathematik eine Division durch 0 nicht definiert ist. Um das bei Bruchthermen ausschließen zu können, müssen wir uns mit der Definitionsmenge beschäftigen. Du siehst hier einen Bruchterm, t ist gleich 7 geteilt durch 3x. Daneben steht vielleicht eine für dich etwas kryptisch anmutende Beschreibung, und zwar g ist gleich z. Das bedeutet, dass die Grundmenge dieses Terms die ganzen Zahlen sind. Das heißt, die Zahl x, wenn wir diese ausrechnen würden, würde ein Element der ganzen Zahlen sein. Nun sehen wir uns an, wie man in diesem Term die Definitionsmenge bestimmen kann. Dazu schreiben wir uns den Nenner heraus 3x und setzen diesen Nenner gleich 0. So finden wir nun heraus, für welches x der Nenner den Wert 0 annehmen würde. Wir können diese Gleichung nun wie gewohnt umformen, dividiert durch 3. x ist somit 0, da 0 dividiert durch 3 0 ergibt. Wir wissen nun also, x kann jedes beliebige Element der ganzen Zahlen sein, außer die Zahl 0. Hier nun ein etwas komplexerer Term. Der Nenner lautet minus 2x plus 6. Unsere Grundmenge ist wieder wie zuvor die Menge der ganzen Zahlen. Wir bestimmen die Definitionsmenge wieder, indem wir uns den Nenner herausschreiben, minus 2x plus 6 und setzen diesen Nenner wieder gleich 0. Dann formen wir diese Gleichung um, minus 6, minus 2x ist gleich minus 6, dividiert durch minus 2, dann bleibt x ist gleich 3. Und wir wissen, x kann jeden beliebigen Wert der Zahlenmenge der ganzen Zahlen annehmen, außer der Zahl 3. Hier siehst du nun noch einmal die Bestimmung der Definitionsmenge. Darunter ist die Definitionsmenge aufgeschrieben. Und zwar d ist gleich die Menge der ganzen Zahlen ohne der Zahl 3. Diese Definitionsmenge muss für jeden Term vorab festgelegt werden. Diesen Hefteintrag schreibst du bitte wie immer in dein Schulübungsheft. Die Begleitaufgaben findest du in der Videobeschreibung oder auf meinem Blog Mathematik Rocks und ich freue mich auf die nächste Mathematikstunde. ... Vielen Dank.